In einem mega sexy Dress performte Mandy Capristo in Stefan Raab Show Schlag den Raab ihren neuesten Hit The Way I Like. Für ihre Instagram-Fans teilte sie einen kleinen Ausschnitt. Wow, auch nicht weniger sexy machte sich Topmodel Toni Gahn auf den Weg zur Vanity Fair Oscar-Party. Da konnte sich Lava Leonardo DiCaprio freuen. Er ging dieses Jahr leider wieder leer aus. Drei Engel für Andy schreibt Silvie Mais über dieses hübsche Bild an der Seite von André Borchers Cousinen. André Borchers hält sich im Hintergrund und genießt seine Engel in dieser Partynacht in London. Schauspielerin Isabel Horn freut sich über 400.000 Facebook-Likes zu haben und verrät ihren Fans, was sie gewinnen könnten, wenn sie die 500.000 knackt. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Wenn wir es schaffen, die 500.000 Marke zu knacken, dann gewinnt einer von euch diese tolle Perlenkette. Wow, mit einem glücklichen Strahlen hält Sonja Kraus ihr neuestes Baby ihr fünftes Buch in der Hand. Törtchenzeils All You Need Is Sweet heißt ihr neuestes Werk. Klingt lecker. Und auch Taff-Moderatorin Nela Lee zeigt ihren Facebook-Fans etwas Süßes. Ihren geliebten Hund Käpt'n als Welpen. Süß. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.